ein herzliches Willkommen zurück meine lieben Freunde bei Let's Play Daisy Standalone Version die Schnitzeljagd geht voran geht weiter geht vorbei genau die Nächsten sind wir auf der Liste und ja wir sind wieder alle zusammen hier Hallo Pogomalle Famous Hallo Zurück ja hinter dir Sagen laufen weiter weiter gehts Equip aufstocken Blutrausch ja wieder killen freue mich auf den nächsten Kill den ich machen werde freue ich mich jetzt schon drauf wir haben endlich wieder Ziele und vor allem wir haben jetzt Action Action ja besser wie die ganze Zeit sinnlos rumlaufen bei mir lagts grad wie Schwein Schwein lackt doch nicht Kunst nur ja doch muss grad sagen und Schwein grunzt höchstens hehehe Bronco rennt wieder mit Full Speed voraus ja ich auch ich hab noch nix boom bin ich mal gespannt wie das Ganze eigentlich ist rechts sind die Hangars ich seh sie schon ich wollte schon sagen rechts ist ein Spieler aber Hangars ist ja langweilig ja da oben die Militärgebäude sind auch schon rechts davon ja ganz oben erst nach dem Wald ja sagen wir wir laufen hier die Straße weiter und kommen dann die Straße hoch und kommen dann am Gefängnis quasi auf dem Flugplatz gehen wir nicht hinten hoch Ah da bin ich vorher gestorben geh hinten hoch über den Flugblässern drüber ja hier jetzt einfach hoch gehen wir direkt hier jetzt einfach hoch oder komm mal an wenn wir von vorne kommen ist ja langweilig dann sehen sie ja dass wir kommen von den Seiten kommen wo es keiner sieht ja wirklich sneaky dieses Mal also ich renne da nicht wieder drauf jetzt hab ich wieder ein bisschen was weil vorher bin ich einfach drauf gerannt und plötzlich waren da welche man ja hat das denn noch nicht all zu viel ja ich hab ja dann die Pistole gefunden mit Pistole ich hab sogar einen getötet ey ein Schuss ein Treffer war genau ja wunderschön dich warum du getötet hast ja wenn die auf mich zuerst schießen was soll ich machen ich muss aber aufpassen es gibt jetzt ziemlich freies Feld dann gleich oder ja ein bisschen werde ich mich ja auch ja so ich ich zück schon mal die Waffe zücker die Waffe zücker die Waffe zücker die Waffe komm zücker die Waffe ja aber ich glaub ich ich glaub ich ich glaub ich dass da um einer campt wer weiß wer weiß also ich seh nix wollen wir mal hoffen wenn da einer ist dass er schlecht schießt ooooh ich kann ja mal meinen Fernklass ausprobieren so wie der vorher also das ist ja schon traurig ja Glück für uns Pech für ihn eben also ich war echt nach dem ersten Schuss hab ich gedacht oh jetzt der nächste trifft ja eben ich ja auch dann hab ich den einen vor dir gesehen dann zwischen uns und dann waren wir um die Ecke ja ich dachte so jetzt ist vorbei der nächste trifft jetzt bin ich entweder verwundet oder bewusstlos oder gleich tot und dann waren wir schon um die Ecke rum hey Gott sei dank und ich seh keinen Fernklass Tür sieht auch noch zu aus oder? ja also wenn hier oben einer kämpft das wär ja was ganz besonderes ja vorher waren ja welche da aus es war aber ein anderer Server ah ja bestimmt die die zwei getötet wo mich getötet haben ne es war ja auch ein anderer Server das war ja auch ein anderer Server ja wir haben dazwischen noch gewechselt da ist der Server abgekackt also ich geh mal vor ich hab am wenigsten irgendwo ne Lücke ja hier bei so vieles ich komm zum Schluss ich will nicht schon wieder sterben nehmen wir gleich den Tower hoch und guck ob da wo ich das sehe doch ist auf die ist doch auf hier ja ist offen hier von unten sah das nicht offen aus ja den Tower hoch also wenn ich gleich sterb da ist alles leer ich bin hinter dir easy tja dass das ein anderer Server war ja war es weil er hat es mal vom Server gehauen hier ist auch alles leer kann er nicht weit entfernt vielleicht mich haut es jetzt glaube ich grad schon wieder vom Server mh Rucksack also ich hab jetzt einen grünen Rucksack Leute siehst du was wenn du irgendwo vom Turm raus guckt ja mich hat es mich hat es runter geschmissen vom Server ja also ich sehe gar nichts also ich sehe gar nichts Richtung Hangars ist mal alles frei und falls sehe ich auch nichts ich beende kurz das Spiel ich habe es runter geschmissen die Tür am Ende von der Startlandebahn ist du also das blaue Gitter Hangars sehe ich mal keine Bewegung ok ja also mich hat es runter geschmissen ok ja du sitzt jetzt hier bei mir ja ich beende grad das Spiel ich bin ich alleine hier ja ja war geil wenn es mir wirklich mal jede Tour aufgeben würde wenn es noch so verschlossene Türen gibt jaaaa ich will die Mülltonen umschmeißen das geht auch nicht ok ich habe gerade einen grünen Rucksack ganz oben auf dem Dach gefunden cool ja ich habe auch einen Rucksack gefunden bitte easystyle ey renn nicht so auf mich zu jetzt habe ich noch einen schnellen Finger ja also ich trage jetzt auch einen grünen Rucksack nicht wundern gehen wir weiter vor oder? ja geht ja Richtung Hangars oder wie? ja ja ich komme halt gleich wieder rein also sind wir da wo wir letztens die anderen zwei erschossen haben ganz 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 davor wo sich Bronco und Dings erschossen haben ja ich komme von hinten gell ja iiih da ist nix es ist so ruhig hier hinten im Hangars ist auch niemand ich bin vorne im Hangar jetzt hier ist ein Rucksack, ein Orangener ok das Spiel ist so lahm das ist auch ein riesen Spiel das liegt hier ja vorne scheint zu 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 sein vielleicht hockt da denn einer drin ja du meine du bist wir da? ja ich versuche gerade ins Spiel rein zu kommen aber noch sehe ich den Server nicht auf dem ihr seid also mein Spiel ist gerade extrem langsam Spieler, Spieler wo? vorne beim Haus er schießt ihn ja mach ihn kaputt boah ich sehe ihn nicht also hat der überhaupt was gehabt? also es ist 16.13 Uhr auf dem Server also ich bin jetzt an dem an dem zweiten Hangar hat der Kabel gerade rein oder? ja tot ich joine jetzt wieder rein da ist aber noch einer oder seid ihr? vorne an dem ersten Teil oder? da hat doch gerade einer geredet echt? ja geh mal in den Hangar rein oh das bin ich ja ja da redet einer da hat gerade einer geredet ja ja da ist noch mal einer irgendwo in der Nähe ich bin wieder im Spiel ist er noch nicht tot keine Ahnung siehst du was? nein gar nichts ich geh vor ich hab eher ein wenigchen ich geb Deckung wo seid ihr? warte 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 aber vorsichtig am ersten Hangar sind wir ich geb Deckung ein bisschen ich guck auf hoch mal ins Polizei Gebäude ja schon mal rein oben hau da am linken Fenster da hau da da stehen ja ich hab's den Kopf gesehen ja ich auch da 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 alle ziehen jetzt aufs Fenster weil die da hoch könnten gucken auch unten gucken ne? ok weil der unten der liegt der ist tot wie es aussieht das ist mehr als einer der hat grad unten hat grad einer die Tür zugemacht wer ist jetzt erschossen? ich nicht ja Famis ist doch vorgerannt nee ich bin nicht vorgerannt Funko ist vorgerannt nein ich lebe ich bin ich bin ich bin vorm Gebäude die schießen sich gegenseitig da ist einer also ich also ich laufs ums Gebäude rum ah du bist hinten oben da hab ich dich grad gesehen also mindestens einer schon oben Malle? ich glaub bei mir hier hinten ja bei mir hier hinten in der Nähe ist glaub ich auch irgendwer ich hör hier nämlich was laufen und was quatschen die ganze Zeit also ich pirsch hier vorsichtig rum nein der ist vorne der ist vorne das hört man halt so ok komm mal vorne an den ersten Hangar da stehen wir ich bin jetzt an der Tür nicht schießen ne? ok ich komme typisch ist an der Tür ich bin jetzt an der Tür ich guck mal nach hinten nicht dass einer von hinten kommt außer Malle boah mein mein Elektrad ohne Ende Malle wo bist? also ich bin jetzt in der Nähe ich komm jetzt Richtung Tower bin jetzt Höhe Tower Ratschlagen sich grad Schalte dass es keine Granaten gibt ahja Ratschlagen sich grad ich bin jetzt an dem Punkt wo wir damals die anderen erschossen haben ja renn einfach durch da ist nix normalerweise die sind alle vorne ich renn ja schon seid ihr hinter den Hangars oder vor den Hangars? vorne vorne ok also ich komme jetzt gleich an den ersten Hangar an ich wurde aus dem Spiel gekickt ja ich auch ja ich auch ah da waren das die Admins wahrscheinlich oder? oh man ja ich auch ja suuuper das sind ja Blow Bobs aber guck mal was die für ein Ding haben ja aber Low Bobs egal so da sind wir wieder zurück auf den neuen Server jo Isi wo bist du? vor dem ersten Hangar im letzten ok ich bin hinter dir hat einer von uns ein rotes Cargo-Hand dann? ja doch famous oder? ja ich hab mir das recht da hab ich nicht drauf geachtet weil draußen vorm vorm Fenster war gerade ja das war er ok bist du grünes Barrett ja die Pussis haben uns ja vorm Server geschmissen jetzt mussten wir einen neuen Server suchen weil die genau gewusst haben sie sterben ihr seid jetzt in dem Ding da drin oder was? ja ja gehen wir dann zurück oder? oder wollt ihr hin? neue Stadt oder was? aber ich glaub hier ist ja nichts mehr ey meine wie deine zuerst gesehen ich komme jetzt ins Gefängnis rein ihr seid oben oder? ja ne warte ich hab erstmal genug Platz ihr seid oben drin oder wie? nicht so richtig ich komm hoch servus 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 ja da können wir erstmal die Mosin schwarz machen wow yeah ey lauf doch zu jo weiter oder? ja lauf mal weiter ja lauf mal weiter gehen wir jetzt noch mal durch die Hangars durch würde ich sagen ja da sind Summer Hunter Pans kakualtabs 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 die 6er Hose die 6er Hose die 6er Hose also rein theoretisch wenn ich auf der Karte trauen darf ist nördlich vom Flugplatz ein Ort der ohne Namen ist das heißt der ist relativ neu ok da ist die Richtung da dann gehen wir zuerst mal in die Hangars rein jo können wir da ja mal hin oder? ja vor dem Hangars ich geh hin an den Hangars und geh dann gleich in Tower hier hier ist keiner erster Hangar ist leer die Schuhe hier weiter zum zweiten Hangar zum zweiten Hangar ich weiß niemand ein Pistolen-Suppressor ich hab mal was da hinten im Hangar liegt da was drin liegt erster Hangar liegt nix G'scheites die Schuhen am zweiten Militärgebäude sind auch auf ich bin schon hinten oder das? ich bin jetzt Spieler am Tower Spieler am Tower am Tower ist direkt ein Spieler ich bin tot boah ich hab doch gewusst ich hab einen gesehen direkt am Tower wenn man von Hangars her guckt ah da ich stehe ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen der ist hinterm Tower ach sind alle die Sau ich höre ein Rennen der kommt von hinten oder war das jetzt mal alle? guck mal hier hinten als er da kommt ich leg mich hinten rein hoho hehehe so jetzt warten jetzt warten ey auf der Lauer auf der Lauer also du guckst in die Richtung aus dem Hangar wo ich lieg oder was? ja klar gut und ich guck in deine Richtung guck grad aus beide Richtungen aber ich glaub nicht dass er vor dem Hangar denn läuft boah ich hab schon wieder schwitzige Hände ja vielleicht guckt er ja denkt er ich war alleine er hat euch gesehen ne uns schon gesehen glaub ich ich hab ihn gesehen auf jeden Fall nicht dass es so ein kleiner Glitscher ist oder so ne ne wie bei Sarazawa ja jetzt bin ich auf einem Berg drauf und hab keine Ahnung in welche Richtung ich muss ähm 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 ja da war ich ja vorher auch auf dem Berg wenn es gleiche Berg ist ja da steht so ein Denkmal oder sowas nein gar nichts null ich hör aber auch niemanden laufen irgendwie ne ich glaub da haut er da ab oder wartet hm da kommt er der ist am Hangar vorne äh schade 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 jawoll hab ihn ha ha hab ihn hab ihn hab ihn erwischt voll weggecampt voll weggecampt und wenn ich das nochmal für den Schuss von mir rein der hat eine SKS wenn ich das da noch mal einer ist ne das war eine SKS das war kein Muzin kein M4 was da auf mich geschossen hat ja aber ob er leider noch also ich hab euch jetzt halt beide ich hab jetzt euch halt im Visier weil es muss halt einer hinter gucken ob da noch was kommt dann ja ich guck der hatte der hatte eine unsichere Weste deswegen hat er so lang gebraucht also ich lad mal kurz nach nicht erschrecken bitte ich hab den da grad um die Ecke linsen sehen dann ist er wieder weg dann kam er wieder raus so so muss das laufen töten vernichten Läuft ihr da grad da drin ja ich lauf also easy läuft ich lad grad nach also ich seh mehr rechts von mir ok ja ja aber war nur alleine oder Bronco ich hab keinen weiteren gesehen ich hab nur ihn gesehen ok hat er irgendwie was noch was brauchbares dabei ich hab einen PU-Scope ja ist doch schon mal was für dich ja aber sonst ich muss mal kurz einen Schluck trinken ne M4 hat er noch wenn er eine braucht ich hab eine danke Munition hat 60er Magazin die kann der SKS und M4 haben geht das jetzt kannst du vielleicht zwei Waffen mittlerweile tragen die M4 dürfte von mir sein aber wie nimmt er die mit? liegt einfach nur so auf dem Boden mit einem ARCOG ok ARCOG hatte ich genau das ist Tobis M4 wenn du die Waffe mal einsteckst und dann aufnimmst die passt dann in keinen Rucksack drauf ne aber in der Hand haben wenn die eine Waffe hinten drin ist und eine Waffe in der Hand hat ah ah geht auch nicht hm wenn sie da hoch ziehst du die Axt denn Kurt? ist sie weg? ist sie weg? Phänomen hä? fucky ne da liegt sie ah doch jetzt hab ich sie und wie hast du das jetzt gemacht? ähm hingeben mit F wenn sie auf dem Boden liegt eben weil eine hast ja hinten und eine hast ja dann in der Hand ja und jetzt hast du in der Hand quasi ja ja seine normale ist jetzt geschultert auf dem Rücken und die andere trägt er in der Hand du kannst halt jetzt nicht mehr ohne was rumlaufen das ist halt das warte ja was ist doch eigentlich egal warte wenn ich jetzt was nämlich die KS nämlich die das Jacke was der hat ne ich kann nicht mehr ohne was rumlaufen ne weil du halt eine dauerhaft in der Hand behältst du quasi ja dann kann ich die Waffe aber vom Bronco kann ich safen wenigstens ja ja kannst du halt nur nicht mehr allzu schnell laufen in dem Moment dann mhm also Speedrenn ist halt nicht mehr dann also was machen wir weiter pff er geht schon hier da haha oh Gott hast du sonst noch was brauchbares ne gar nichts meine Sachen waren leer deswegen bin ich hervorgelaufen Mann 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 also jetzt die letzten Partei da geht Blut ab haha bei uns bei uns geht hier draußen grad irgendwie die Welt unter hier du stürmst schon wieder wie ihr hier im Spiel ich bin mal vorne bei den Häusern ne du bist beim Tower da gell mhm ich geh da mal noch rein weil ich brauche noch komplett die Klamotten und alles im Tower hab ich jetzt drin gut gut aber ich glaub da wär ja auch drin nochmal ein neues Barrett Neues Barrett ich brauch ne Weile zu euch wo bist du? ähm da wo Famous vorhin dauernd gestorben ist also ich bin da relativ schnell bei dem Hangar hier gewesen das ist ja bloß die richtige äh Richtung lauf ich brauche aber erst was zu essen deswegen geh ich ja schon hier ins Haus rein wo ich weiß wo immer was geh mal ja die ich muss kurz schießen ne Banane happy bringen sie alle zum weinen heute sind wir mal dran gehen wir noch hier ins Gefängnis rein oder? glaub da war aber auch nix mehr dran und da bin ich vorher rausgekommen es liegt hier Banane eine Banane hm den Schuss für SKS so wie das aussieht eine Banane eine Bibel wo ist Famous? eine Hose bin oben was zum trinken yeah ist das rotten? ja das ist rotten ok ich lehn's hier mal so bissl zur Tür aber da kommt easy grad raus ok so wohin jetzt? hat jemand nachgeladen von euch? oder? naja dann hört sich grad sagen dass er als würde eine Munition sortieren oder so ja ich lasse jetzt rausgehen und da einer hockt geh jetzt mal oben durchs Fenster nö 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 da hast du grad was sortiert mhm ich geh mal rein ok dann geh mal geh mal jetzt ein hin komm auch raus mal gucken wie gesagt nördlich vom vom Flughafen ist ne Stadt ohne Namen die dürfte relativ neu sein ja geh mal dahin das ist dann hier hoch oder was? äh quasi von den Hangars über die ähm Flugbahn äh Flugbahn und dann quasi Höhe vom ähm vom dem Gefängnis wo wir eben rausgeflogen sind über die ähm Bahnen drüber und dann durch den Wald quasi äh durch den Wald durch also müsst ihr dann schwerfelt ein ok die rennt da vorne schon wieder komplett rum ja natürlich gleich weg hier bisschen langsam machen ich hab ne Waffe in der Hand gell ach stimmt da war ja auch noch was ich hab glaub immer Hallos grad zur Zeit ich hab grad grad vorne am Gefängnis ist ein Spieler aber ich hab grad grad vorne am Gefängnis ist ein Spieler aber wo ist denn hier die Lücke? ah ja da ganz groß neee da ist ruhig ja ja Mann ist das alles aufregend ich bin hinter euch man ist das alles aufregend ich bin hinter euch aber so bockt das Spiel auch mhm live verliert die Verbindung das ist ein no live er ist aufgezeichnet nicht mehr live ja replay ok ich denk da steht einer aber ich weiß es nicht da vorne bei den Bäumen auch mal gerast ja ich sehe tote Menschen heißt der ja ich hab also langsam ist echt krass ey da unten ich sehe tote Menschen unten links da heißt der mach mal Rast hier ja vorne da genau bei den Hütten da oder? bei den Hütten bei den Hütten hier rein denn meine lieben Leute war es das wieder für heute wir haben wieder Verluste gehabt und leider war das so und ja wir haben auch mich umgebracht das ist so gut und ja da ist eine Bewertung da wir sehen uns im nächsten Part bei der Schnitzeljagd bis dahin sind wir raus tschau machts gut tschau 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 im nächsten Mal im nächsten Mal im nächsten Mal im nächsten Mal Vielen Dank.